moin moin meine lieben freunde und willkommen zurück zu einer weiteren folge in zeit für die switch alles gestartet zu halloween und wir wollen sich auch beenden was macht keinen sinn hier sind wir stehen geblieben letztes mal und ich habe mir den kopf zur matte was es sagen kann ist mir aufgefallen ist das zeige ich jetzt mal ganz herrnrissig wasser war das jetzt genau den müssen wir darüber schieben einmal kurz denn darauf die idee gekommen aber meine den hierhin stellt sie wenn hierhin klettert darauf hüpfte umgegen er spielt steuert man den anderen ok so weit so gut jetzt kann man aber den hier überziehen und ich dachte immer ich müsste da irgendwie unterstehen hochgreifen totaler quatsch das hier oben hoch das hier oben ist ein knopf da geht die tür auf ist das crazy so den kann jetzt oben stehen lassen und können theoretisch natürlich können wir nicht hier stehen lassen fangen wir rein müsste den ja hier rüber schieben denn sonst falle ich ja runter das wollen wir auch nicht so dass man mal stehen den kleinen hampelmann und dann gehen wir hier runter so wohl ruhig herunter gefällt dürfen wieder hoch und er kann den jetzt holen also das ist wirklich das ist ohnehin das hier oben sitzen mitnehmen das ist schon gar nicht so so easy gedacht aber man kann es trotzdem schaffen ich hatte da noch mal so zehn minuten rumgegrübelt als ich das letzte mal aufgehört habe und dachte mir so das muss ja irgendwie gehen was passiert hier unten da stehen auch ein mädchen und junge okay also ich muss wahrscheinlich vielleicht muss ich da reinfallen wir schieben ich glaube die kommen jetzt gerade hoch zu mir bestimmt gleich immer hier rüber schieben muss wahrscheinlich da ans wasser fallen da stehen es kommen kommen sie gerade weggelaufen ich sie gleich angeeiert kommen so bis zum ende und dann runter platz okay gleich wieder hoch dann wenn ich ertrinken wir kommen wir nicht hoch das ist das ist nur wasser tatsächlich kommen wir da auch irgendwo hin auch noch runter ist hoch ist wahrscheinlich drüben wohin tauchen gucken wir mal muss ja irgendwas geben wo wir durch können oder okay man kann auch durch schwimmen wahrscheinlich hoch 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 okay hier kommen wir nicht hoch muss ja irgendwas geben wieder da sind noch kurz runter tauchen mal gucken ob da etwas ist ich nichts wieder hoch wo er steht und ist doch irgendwas wir gehen runter wieder hoch guck mal er ist ja nicht ganz hilflos der kleine mann tut mir aber ein bisschen leid in dieser welt darauf kann sich rauf ziehen okay so plätschern das laufen wir halt weiter der lassen auch kleine spuren das ist wirklich gut gemacht also das ist alles gedacht bitte nicht den roten knopf berühren niemals den roten wir werden es tun wasser ist weg okay wenn ich darauf drücken steigt das wasser höchstwahrscheinlich wieder und wir kommen da hinten hoch ich habe gedacht ich habe gedacht dass ich da rein muss ich kann auch hier hoch okay erst mal hier hoch okay habe ich mir gedacht dass ich schon wieder hier lande ein kleines schalter rätsel so ist jetzt die frage was wir machen ich glaube wir tauchen einfach runter und drücken dann den knopf schnell darüber dass wir dann noch hochkommen okay so dann halt die stimmung hier ist wirklich cool hofer Nehmen wir den mit raus. Wäre ja so eine Art schwimmende Insel, ne? Wir sind bestimmt an diese Kette ran hier. Seht ihr die? Das könnte ich mir gut vorstellen. Wollen wir nochmal. Ja, hatte ich mir doch teilweise sehr offensichtlich und ab und zu überhaupt nicht offensichtlich. Da muss ich schon durch ein wehres Gewehr von Sachen hier schlendern, oder? Wird die S-Bahn, hat bestimmt Verspätung. Wie immer. Oh. Oh. Okay, da hätte ich warten müssen. Und dann sind wir, guck mal, wie der runterhängt. Ey, da tut mir so ein bisschen leid, der kleine Mann. Öffern wir uns nochmal. So, also da. Wo kommt das? Bis hier hoch? Scheiße, ne, gleich. Und runter. Hier im Schatten bleiben. Obtlich. Zurück. Oh. Boah. Mal testen, weil es muss in die andere Richtung gekurbelt werden, wahrscheinlich. Ah, da ist ein Timon gefragt. Aber wir wollen ja keinen Stromschock bekommen wieder. Mit dem Taser da. Wenn wir so den Menschen machen sollen, da. Was ist das denn? Oh, hier ist noch so ein Ding. Oh. Zurück. Herlaufen. Ja, da ist die Kante. Können wir hier warten? Da muss ich die Luke aufmachen da hinten. Da müssen wir natürlich sehr schnell sein. Oh. Los. Ei, ei, ei. Ich geh mal nach links kurz. Einfach um zu sehen, dass ich nicht weiterkomme dort. Also geht's hier. Obenlängs. Hätte ich wahrscheinlich auch rankommen können, oder? Weiß es nicht. Mal in die Kette. Runter, ne? Ne? Kennt euch jemand von euch? Apes Odyssey. So ein bisschen erinnert mich das daran. Jetzt nicht. Also nur vom Stil her, wie man was mal machen muss und so. Hat so ein bisschen was, ne? Auch da kann man ja auch mit den anderen Leuten zusammen, also mit den anderen Munschs, die da rumlaufen, kann man ja auch steuern irgendwann. Hat so ein bisschen Ähnlichkeit, finde ich. Grafisch überhaupt nicht, aber... Okay. Wir wissen immer noch nicht genau, warum der Junge wegrennt. Wovor? Ich meine, ich würde auch wegrennen, wenn ich jemand tesern will. Aber warum soll er getesert werden? Das ist ja auch die Frage. Oh, da hinten sind Hunde. Sehen die uns? Die laben sich mal lecker an so einem kleinen Menschlein. Und für uns, vielleicht für die. Wir rennen da raus. Und wir springen mal ins Wasser. Vielleicht wieder hoch, nichts mehr trinken. Wenn wir ja schon... Schwimmen kann der gute Junge, gut. Okay, da kommt ein Köter. Okay, der hat mich schon vorgesehen. Das heißt, ich dachte, der läuft irgendwie nur raus. Aber ich glaube, der hat mich vorher entdeckt. Das heißt, ich musste richtig schnell sein. Testen wir mal. Der wird sein müssen. Okay, ich muss wahrscheinlich ins Wasser. Ah, ich muss wahrscheinlich ins Wasser wieder zurück. Oh, guck mal, wie sündig. Also, wie brutal das ist, ne? Der wird ihn echt. Der wird komplett zerfleischt. Also, wir bleiben jetzt einfach im Wasser gleich. Und kommt. Oder gehen zurück ins Wasser. Ich glaube, schwimmen können die nicht. Oh! Kann der... Ach, das scheiß Vieh kann auch noch schwimmen. Okay. Naja, ich meine, unser Hund kann auch schwimmen. Also, von daher... Er konnte schwimmen. Der Hund, ne? Runter! Ah, Mist! Leute, Entschuldigung. Ich wollte unter ihm... Ich wollte unter ihn durchtauchen. Das muss doch möglich sein. Ah! Hackviech. Für den wurde garantiert keine Hundesteuer bezahlt. Und meistens, wenn ich... Hab die Steuern bezahlt und... Für die blöden Köter. So. Lass mir ins Wasser kommen. Hoch. Und runter. Aber drunter kommt er nicht, ne? Jetzt aber. Komm noch, du blöde Töle. Dann noch ein Hund. Eieieiei. Komm so drauf. Schnell abmachen hier. Was? Was ist das denn? Wie soll ich das denn schaffen? Ah, okay. Ich weiß, wie. Die Hunde sind ja nicht ganz doof. Die rennen ja wirklich da hin. Wir machen es so. Und laufen rüber zurück. Zack. Oh. Oh. Hahaha. Luchta. Oh. Widerliche Köter. Oh, das war zu dumm. Ich muss warten, bis sie am Zaun sind, weil sonst haben sie ihn zu schnell bei mir. Okay. Super. Oh, guck mal da. Da kommen sie, die Takttölen. Das wäre immer so ein... Man hatte wie so ein paar Leben, hat man hier ja, ne? Gut, dass wir die haben. Rüber. Der Leber rüber. Da ist ein Runterfall. Okay, da ist ein Mensch. Man kann es aber da nicht sehen, oder? Oh, was kommt da denn hoch? Gehen wir hier in die Schatten. Warten kurz. Das ist die und was haben wir. Das ist eine Taucherklocke. Die sollen wir bestimmt haben. Gehen da beide rein. Gehen sie ja gleich mal den Rücken zu uns. Okay. Quatsch. Was ist das denn? Ein kleines U-Boot. Das ist doch richtig geil. Was gibt es hier unten noch so? Und hier, hier müssen wir rein. Die kann man auch aufmachen, so die Tür. Wieder hoch. Ah, das Holz sieht zum bisschen brüchig aus. Noch nicht. Gehen wir da? Wo sind wir denn hin? Frage. Ruhig gehen. Auch nicht. Wir stecken hier fest. Wir müssen fest. Hier gibt es auch kein Loch um. Okay. Man kann mit dem Knopf, kann man da so ein bisschen was machen. Das wird ziemlich cool. Alter, wo landen wir denn hier? Irgend so ein bisschen. Ah, siehst du? Diesen kleinen Schub kann man machen mit dem Knopf. Muss man warten, bis das rote Blinken aufwird. Und dann kann man noch mal so einen Schub machen. Genau. Und dadurch kann man dann Löcher oder so machen. Guck mal, da ist auch ein Brüchig schon wieder. Da können wir mal rüberfliegen. Oh. Der lebt ja schon nicht viel Schlechtes hier, ne? Der kleine Junge, ne? So. Guck an. Ah, es ist schon echt cool gemacht. Ob ich das so lange nicht gespielt habe. Ich habe Limbo geliebt. Der entgangene Kram hier. Hier, ne? Gerade runter. Höher. Cool, dass er weiß genau, wie man das Ding steuert, ne? Ich weiß ja nicht, ob das super schwierig ist, ein U-Boot zu steuern, aber ich werde es dir gut vorstellen. Komm mal da durch. Müssen wir wieder durch. Ein, zweimal machen. Oder hier oben. Okay, machen wir hier mal. Ich bin nicht durch. Wieso nicht? Ah, okay. Hier kann alles rissig. Rissig. Wo ist das rote Löcher? Okay, haben wir Löcher reingemacht? Ja, rissige Wände? Okay. Hier kann man nicht. Hä? Habe ich da zwei Löcher reingemacht? Bring ich mir. Okay, jetzt haben wir ja fast die ganze Wand weggeschmettet hier. Okay. Da geht nichts kaputt. Da geht nichts kaputt. Okay. 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 Wo ist die Längs? Was muss da hier gemacht werden? Was? Um Längs. Da kann man raus, glaube ich. Jetzt mal raus. Da oben. Das könnte hoch. Das kann ich nicht hoch. Ich dachte, ich könnte diese, diese Dings da hoch. Komm ein. Gucken, was man noch machen kann hier. Irgendwas muss es hier noch geben, was wir gut tun können. Wasser muss ja garantiert ablaufen, irgendwie. Das funktioniert ja nur, wenn ich die Wände kaputt mache. Aber irgendwie geht die nicht weiter kaputt, oder? Ich kann abhauen hier, ich weiß es gar nicht. Man kann dann mal rausjumpen. Okay. Vielleicht auch hier gegenspringen. Ja, okay. Bringt aber nichts. Hm. Oder? Wir müssen nochmal hier rausfahren. Vielleicht ist da noch irgendwas, das wir gesehen haben draußen. Und dann gehen wir hier nochmal raus, ne? Träger? Rausgekommen, ne. Da wird definitiv nichts mehr sein. Das wäre komisch. Also hier muss sein. Zu Boden. Die ist nochmal ganz runter. Vielleicht gehen wir hier mal hier nach links. Da ja nochmal. Die Wand ist auch nicht sprüchig. Und nichts. Hm, 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 hm. Hier rein nochmal. Also die Wand haben wir jetzt zerstört so ein bisschen, aber geht leider nichts. Komisch. Ich hätte jetzt irgendwie vermutet, dass man hier irgendwas in den Wand ausgeht und dann. Dann steigt nochmal hier aus. Steigt mal aus. Da kommen wir nicht hin, ne? Da kommen wir, ne? Tatsächlich nicht. Merkwürdig. Gehe ich jetzt gerade wieder auf den Schlauch hier? Da kann ich ja durch. Aber ich kann ja durchschwimmen jetzt wahrscheinlich. Ach, guck mal. Komm mal. Komm mal, es geht da durch. Nur mit dem U-Boot nicht. Ja, okay. Das macht Sinn. War sehr dumm. Aber ich muss die Schleuse vielleicht öffnen, damit ich da reinkomme mit dem U-Boot. Vielleicht brauche ich das U-Boot ja noch. Man weiß es nicht. Dann müssen wir hier rüber. Überlanden. Vielleicht war es das aber auch mit dem U-Boot. Vielleicht mehr brauchen. Anscheinend war es das nur. Okay. Hier. Full jump. Klaufen. Nicht so witzig. Grund. Gucken. Was ist denn für eine Scheibe? Es ist alles unter Wasser, wenn man sieht. Okay. Probieren wir hinten auf die Tolle. Okay. Okay. Das war eine Dobi-Idee. Wie machen wir das dann? Können wir diese Tür wieder aufkriegen? Auch nicht. Sobald man den Knopf drückt. Rüber springen kann ich wahrscheinlich. Muss man das so timen, dass man da dieses... Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Okay. Man muss einfach schnell sein und schnell im Wasser landen vielleicht. Machen wir nochmal. Ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass man vielleicht in das Loch von der Tonne landen muss. Aber das wäre ja Quatsch. Was denn so schnell schaffen? Klau. Stopp. Weiter und nach oben geht. Okay. Kann nur schnell sein. Crazy. Wer steckt hinter so eine Tür, so eine Rollen. Also auch gerade für die anderen Mitarbeiter, oder? Oh, wir sehen mal ein bisschen Natur hier. Hier wächst was. Cool. Auch selten. Mal drücken. Mal drücken hier. Auch an diesem Band hier auch nicht hoch. Da gibt es wahrscheinlich irgendwo einen Schalter für wieder. Das ist ein anderes Gebiet, würde ich sagen. Da müssen wir auf jeden Fall da hinten hin. Das brauchen wir gleich. Sieht alles ganz friedlich aus hier. Aber der erste Eindruck täuscht ja, wie wir wissen. Kann ich jetzt schieben? Nee, kann ich nicht. Ah, okay. Dann können wir aber da ran springen. Okay, machen wir nochmal. Timing halt. Das hat ein dummes Timing. Sehr nervig. Wieso springt der denn nicht? Der springt ja nicht. Ist doch bescheuert. Mal. Lust. Zieh. Stark. Oh. Blöden, wo man weiß, wo er hin soll. Er läuft einfach nur in die Richtung, wo er meinen vorläuft. Man weiß es nicht. Kleine Sprunganlage. Wir versuchen, oben rein zu schwingen. Gut. Was passiert, wenn wir diesen Knopf drücken? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.